Winkelhocks Auto komplett zerstört. Horrormomente. Das freie Training heute Morgen wird beinahe zur Katastrophe. Jamie Green überfährt hier einen Hydrantendeckel, der löst sich. Ein Streckenposten will eingreifen. Vergebens Autos donnern heran. Und dann kommt Winkelhock. Der 15 Kilo Gusseisendeckel wird zum Geschoss. Streckenposten retten ihr Leben. Der verschraubte Hydrantendeckel löst sich aus der Verankerung und Mike Rockenfeller sieht beim Verlassen der Box direkt vor ihm 15 Kilo Gusseisen durch die Luft fliegen. Ich habe nur gesehen, wie die Streckenposten sich noch geduckt haben. Und es ist natürlich dramatisch und zum Glück ist keinem was passiert. Richtig realisiert habe ich gar nicht, was los ist. Es hat nur einen Riesen-Schlag getan und dann bin ich ausgerollt. Das Loch wird sofort zubetoniert und alle anderen Gefahrenquellen nochmals verschweißt. Hoffentlich hält es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.